So, heute zeige ich euch wie verbrochen mit der Eiskleerpistole. Ich habe da vorne schon mal angefangen. Ihr seht doch, es ist schon schwarz. Vorher sah es so aus. Und das werden wir doch jetzt mal machen. Stereo 6.0. Die Eisklepistole 1.2 2.3 4.5 6.5 7.7 7.7 7.7 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020